Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, blöd wie ich bin, habe ich mir dieses Modell erneut bestellt, da ich 5 dieser Bewegungsmelder verwende und eine einheitliche Optik behalten möchte. Abgesehen davon, dass die Reichweite in der Praxis geringer als angegeben ist, ist die Haltbarkeit ein Witz. Nach 2 bis 4 Jahren sind diese Melder regelmäßig defekt. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.